Nein, falls du dieses Video sehen willst, bitte heirate mich. Spasti! Nein, spinnst du. Komm, lass uns lieber die Hörer. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt schon sehen, ich habe heute einen Gast bei mir, beziehungsweise ich bin bei der Yvette, so rum, aber die Yvette ist heute zu Gast. Bei mir auf dem Kanal, die Yvette kennt ihr mit Sicherheit alle, und zwar vom Kanal Einfach Yvette. Und ich würde sagen, falls ihr sie noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich bin meine liebste Freundin und ich mag sie super gerne. Ich war heute auf einem Event eingeladen hier in Frankfurt und da habe ich mir gedacht, ich besuche die Yvette. Und wir wollten ja schon eine Ewigkeit was zusammen drehen. Aber heute haben wir ein ganz, ganz spannendes und lustiges Video für euch. Und zwar geht es heute mal nicht um Beauty, obwohl das ja auch unser liebstes Hobby ist. Ja, nein, heute geht es auf die Ohren. Genau, und wir haben uns gedacht, wir machen mal was Lustiges, damit ihr mal seht, wie wir manchmal auch sind. Ja, wie wir abspassen. Ja. Was machen wir? Die Whisper Challenge. Ja, die Whisper Challenge. Und immer wenn ich mir solche Videos angeschaut habe, dachte ich mir, boah, das ist voll einfach, ne? Was machen die so lange nicht? Schauen die das denn nicht? Es ist so schwer. Sie hat ein Wort gesagt, ich bin nicht dahinter gekommen. Nein, echt nicht. Sie musste ein neues Wort nehmen. Ja. Naja, egal. Jedenfalls war es total lustig. Und jetzt machen wir hier auch mal im Kanal weiter. Boah, ich bin gespannt. Und wir nehmen los. Nimmst du wieder Lionel Richie? Ja, ich lese Lionel Richie. Hallo. Ich lese mich wieder, was ging vor. Ja gut, ich lasse das lieber, weil sonst schalte ich die wieder wahrscheinlich ab. Okay, los geht. Warte, ich muss ihr wieder. Aber nicht so schwer. Ich mache dir wieder Lionel an, warte. Weil ich lose voll. Warte. Aber jetzt nehmen wir uns diesmal. Hey, bist du bereit? Ja. Okay. Zwei Worte. Mhm. Was? Wahre Liebe. Oh, sehr schön, toll. Ja, ich lese richtig. Cool, wow. Wahre Liebe. Oh, das hat die sonst nie so schnell hingekriegt. Das war einfach. Das war gut, oder? Das war total einfach. Na, voll, mal lieb. Hä? Ah, die hat so komisch im Mund gehabt. Also. Ich wusste nicht, was die sagen. Wusst, das war gemein. Ja, es war gemein. Die disst meine Musik. Geht los? Hm? Okay. Erstes Mal. Speicherkarte. Spasti. Nein, spinnst du. Speicherkarte. Sparkasse. Nein. Speicherkarte. Speicher. 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 Ich darf ja nicht Spasti sagen. Speicher. Speicher. Oh, hallo. Einmal, komm mal. Speicher. Speicher. Wenn du deine Hände davor hast. Ich bin Italienerin. Speicher. 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 Ah. Karte. Karte. Speicher. Platz. Speicher Platz. Nein. Nicht ausländisch. Karte. Hast du mich beleidigt? Ja. Karte. 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 Speicher Karte. Ja. Oh, meine Damen und Herren. So gut. Ich bin voll gut. Ich habe das interländische Schütz von dir gesagt. Das war am allergleichsten. Speicher. Ich habe gesagt. Was? Die hat mal Heide gegeben. Ja, sag ich. Speicher. Was? Sorry. Ich will dir ja nur helfen. Das hat geklappt mit deinen Händen. Die die Mund zugedeckt haben, von dem ich ablesen soll. Ich will ja auch gewinnen. Aber du brauchst schon voll anpüsten. Was? Sag der Vollposten. Guck mal auf meinem Kanal. Die hat so abgelust. Ich habe eine Zockertüte. Jetzt macht Lionel an, ey. Oh, das ist schön. Das ist schön, ja? Das ist die USA for Africa. Ja, we are the world. We are the children. Finde ich auch voll schön. Oh, ich muss aber weinen bei dem. Oh, ich muss bei allen. Oh, wir lachen jetzt sowieso. Okay, ich, äh, okay, ähm. They come the time. So, fängt an. They come the time. Oh, Gott, ich liebe Lionel. Oh, Gott. Lionel, falls du diesen... Das Lied ist halt toll. Call her. Okay, gut. Ja, wenn ihr mit der Girlen so all night long. Jetzt machen wir mal was, was ihr super gerne auch, äh, was ihr auch super gerne seht. Was? Tonerde. Tonerde. Nicht Tonerde. Meinst du, wenn du es zweimal sagst, dann ist es richtig? We are the world. Ja, we are the children. We are the children. Kannst du ein anderes Wort haben? Nee. Ich nehme das jetzt nochmal, aber ich teile es dir auf in zwei Worte, damit du besser hörst. Aber das ist das gleiche Wort, okay? Ich sage mal, man sollte mich raus. Come on, come on. Vielleicht kann ich dann. Sig macht dich einfach ein bisschen fluffig, ne? Okay. Warte. Leute, da sind ganz viele Sänger mit dabei. Okay. Drogerie. Drogerie. Ton. Dro. Tool. Drogerie. Drogerie. Today. Nee. Drogerie. Drogerie. Wir machen es immer ein bisschen einfacher, okay? Was? Mach auf. Was? Mach auf. DM. DM. Guck mal, das raffte. Horn. DM-Wall. Ah. Hä, war das jetzt das Wort? Das war ja einfach Drogerie. Ich habe gesagt, wir machen es dir einfacher. Das ist so schwer. Sag du mal, mal gucken, wie Drogerie das aussieht. Das ist schwer. Du, das ist echt schwer. Ja. Ja. Das ist voll schwer. Ich habe nicht gewusst, was du von mir will. Okay. Warte, warte, warte. Oh, das ist aus. Das ist aus, ja. Das habe ich gemacht. Warum? Einfach mal Daumen nach oben. Bei Lionel Richie. Nee, bei Cheering. Schreibt dir mal in die Kommentare, die sollen mal ordentliche Musik hören. Ich liebe Lionel Richie. Okay. Warte. Oh, die mit der scheiß Musik hier. Okay. Kissen? 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 Nochmal. Kissen. Du gibst dir auch nicht wirklich Mühe. Kissen? Rissen. Schrei nicht so hoch. Nein. Damit habe ich besser mit Schreiben. Ich habe kein Wort. Kissen? Kissen. Kissen? Heiße? Ich schaue das Kissen gleich auf die Ohren. Okay, was ist das? Kissen? Kissen? Nochmal. Kissen? Kissen. Kannst du nicht nur gucken? Kissen? Essen? Nein. Kissen. Kissen. Ja. Ich bin gut. Hülle. Hohl. Hat sie mich beleidigt? Es macht die wieder italienisch. Ich kann immer, Leute. Ich kann immer. Girl, you know I'm a sinner. Hülle. Ohr. Kissen. Was hat alles mit Kissen zu tun? Erste Wort ist Kissen. Ja, was hat alles mit Ohren zu tun? Gar nicht. So viele Worte. Hülle. Ohrring. Hülle. Hülle. Ohle. Hülle. Hülle. Ohrring. Hülle. Hülle. Ja. Kissenhülle. Ja, Mann. Ja, klar. Was hat denn Kissen mit einer Uhr zu tun? Ich weiß doch nicht, was du willst. Das muss doch ein Zusammenhang haben. Du wolltest mir schwer machen. Nein, Kissenhülle. Ja, ist doch gut. Haben wir es doch gemacht. Leute, war das jetzt schwer, oder was? Das habe ich doch voll gut gemacht. Nee. Das ist doch nicht mal schwer. Das war richtig scheiße. Oh, die dissten mir. Ich gebe mir voll in Hülle, wie so schlecht. Also. Die macht Kissen. Ja, und dann erzähl die zwischendurch. Du weißt gar nicht, wer macht die jetzt das vor? Oder schreit die dich an? Ja, wenn du es nicht kapierst. Geil. Boah, bist du schwer. Oh, bist du schlecht. Ich bin jetzt so schlecht. Ich bin jetzt auf einmal schlecht. So, wer jetzt? Du bist mal zum Lokopäden. Das wollte ich schlechter aussprechen. Hallo? Hallo? Ich bin viel besser als du. Ich erkläre euch viel schöner. Deswegen sagst du auch immer Einzige. Ja. Das heißt Einzige. Deswegen sagst du auch der Mascara. Nee, sagst du gar nicht, gell? Nein. Du sagst die Mascara, gell? Keine Ahnung, was ich sage. Weil die Mascara ist richtig. Also die Chikna. Weil die gute Stimmung machen wollt, einfach Leine. Das ist so ein Leipzig. Er spricht irgendwie dänisch. Keine Ahnung. Leine. Kommt da was? Nö. Aber ich kann auch singen, wenn du willst. Nee, lass mal. Das ist gut. Kennst du das? Das ist für dich. Was? Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Wir haben Zeit, kein Problem. Ich finde, Leine Ritzi hat voll die lange Hände. Also Finger. Ja, das Video geht auch um Leine. Finger. Der hat voll die lange Finger. Und die hat gar nicht anzufangen, weil sie weiß, sie verliert. Ich liebe Leine. Okay? Ready? Okay? Ein Gliedschatten. Hey, fast. Nein. Dein Gliedschatten. Zweites Gliedschatten. Nein? Das ist nur ein Wort. Achso. Gardine. Hm? Gardinen. Hm? Pff. Warte, schade voll. Ja. Wenn du nicht weitermachst. Beside. Beside me. Beside. Beside. Was? Garten. Wow. Okay. Bist du ready? Hm? Erste. Ja. Gardinen. Gardinen. Garten? Scheiße. Kisten. Pff. Gardinen. Garten. Gardinen. Gardinen. Ja. Gardinen. Ja. Ich bin gut. Ich bin gut. Nein. Ja. Stamm. Was? Hm. Stall. Gardinen. Stall. Stall. Erst. Gardinen. 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 Hm. Stamm. Ja, du. Stange. Stamm. 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 Gott, ist die schlecht. Hey. Hey. Ich bin gerade zu Ende. Guck. Das hat total gefasst. Ja. Also du hast echt gut. Du hast dir einfach Mühe gegeben. Sagen wir es mal so. Hm. Okay. Also ich war wesentlich besser. Wer war besser? Schreibt in die Kommentare. Wer war besser? Aber ganz ehrlich, Kisten Mülle war jetzt echt nicht so schwer. Ach Gott. Ja, denn das Wort ist nicht schwer, aber das Abzulesen von den Hinten ist super schwer. Aber ich glaube wirklich, das ist so witzig und man weiß gar nicht, wie schwer das ist. Ja, ich hätte es auch echt nie gedacht. Nee, gell? Nee. Nee, ich habe so ein paar Videos geguckt und dann dachte ich auch so, ach komm schon. Ja, voll kittisch und so. Ja, voll kittisch und so. Der hat Buch gesagt. So schwer. Ja, ja. Schaut mal jemanden auf den Mund, der was sagt. Ja. Macht am besten jetzt mal Ton aus und wir sagen jetzt mal ein Wort und ihr ratet, welches es ist. Voll schwer. Voll schwer. Wirklich. Also meine Lieben, das war es soweit von mir, Lina Ritchie und die Wäsche. Ja, ja, ja. Ich bin fix und fertig, es hat so einen Spaß gemacht. Es war so lustig, wir haben so gelacht. Oh, es war so lustig. Ich habe so Kopfschmerzen und ich sehe auch echt fertig aus. Also dafür, dass sie so Kopfschmerzen hat und das wirklich jetzt schon eine ganze Zeit, du siehst wirklich toll aus. Wirklich. Ich habe schon eine Tablette genommen, aber... Die ist so tapfer. Ja, ich bin... Das war halt so lustig jetzt. Ja, nee. Aber so durch das Lachen, ne? Es wird halt echt gefesser. Nee, nee, es schränkt von an. Ja, ja. Und dann auch noch die Musik auf den Ohren. Ja, Lina Ritchie kann ich immer sagen. Ja, aber da eine komische Musik nicht. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten. Schaut auf ihr Wettkanal vorbei. Ich würde mich freuen. Ich würde mich total freuen. Ich würde mich total freuen. Ich würde mir total liebe Freude. Ich mag sie super gerne. Ich bin auch sehr gerne hier bei ihr zu Hause. Es ist immer ganz, ganz schön und gemütlich und vor allen Dingen gastfreundlich. Und ich freue mich immer, wie du kommst. Ehrlich, so eine schönste Nachricht. Es ist so lustig. Es ist immer so lustig. Wir können auch nicht ernst bleiben. Nee, null. Wir verarschen uns irgendwie gegenseitig die ganze Zeit. Sehr wahr. Da seht ihr mal, dass ich vor allen Dingen auch noch ein bisschen anders sein kann, ne? Ja. Bei dir, du bist ja immer so. Ja, es ist so. Nein, ich mache mir Spaß. Das war es auf jeden Fall jetzt von unserem Video. Ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schaut auf jeden Fall auf... So das Outro, weißt du, Nummer 20. Okay. Okay.